Guten Tag, meine lieben Leser und Leserinnen und meine Interessenten und Interessentinnen. Ich möchte gerne Ihnen mein Buch vorstellen, Löwenzahn, und beginne mit einem Goethes Zitat, warum in die Ferne schweifen, denn das Gute liegt so nah. Ja, ich bin ja bekannt geworden durch Superfoods, vor allem Exoten, und vor der eigenen Tür wachsen so potente Heilpflanzen und der Löwenzahn schenkt uns körperlich und seelisch, könnte man sagen, wirklich Löwenkräfte. Ich nenne jetzt mal ein paar Superlative. Fünfmal so viel Beta-Carotene wie Kopfsalat, neunmal so viel Vitamin C wie dieser, viermal so viel Magnesium, dann dreimal so viel Eisen, sehr viele, gerade Frauen, haben Eisenmangel, sensationelle zehnmal so viel Folsäure wie Rindfleisch, siebenmal so viel Vitamin K, wichtig zur Wundheilung, für Knochengesundheit wie Kopfsalat, fünfmal so viel Eiweiß wie Kopfsalat, und es ist die Vitamin K reichste Pflanze, die wir haben. Ja, das sind also alles Zahlen, die deswegen so wichtig sind, weil es gibt immer wieder Untersuchungen, dass unsere Kulturpflanzen viel zu wenige Vitalstoffe enthalten. Wir verhungern quasi an vollen Töpfen und man ist auch weg von fünfmal, fünf Portionen Gemüse und Obst am Tag. Die optimale Dosierung ist nämlich zehn Portionen Gemüse und Obst am Tag. Ja, und da sind wir mit Löwenzahn deswegen auf der sicheren Seite, weil diese Pflanze konzentriert, die Vitalstoffe enthält, die wir dringend brauchen. Ja, sie ist extrem vasenüberschüssig, enthält jede Menge Spuren, Elemente und Mineralstoffe. Sie, ja, sie hat Heilkräfte ohne Ende, also ihre Antioxidantien, das ist zum Beispiel wie Erdachsäure, Kaffeesäure und so weiter. Ihre Antioxidantien schützen uns vor Krebsentstehung, sie schützen uns vor Diabetes Typ 2, sie fangen eben freie Radikale, die an der Entstehung von allen zivilnaturischen Prozessen beteiligt sind. Was sie eben auch ganz, ganz, ganz besonders macht, ist die Konzentration von Bitterstoffen, Tharaxaxin zum Beispiel, und diese Bitterstoffe brauchen wir dringend. Das ist so ein Kaskadenprozess in der Verdauung, wenn wir im Mund, wenn unsere Geschmackssensoren im Mund Bitterstoffe wahrnehmen, dann wird mehr Magensäure ausgeschüttet für die Verdauung der Eiweiße, mehr Gallensäure, die Bauchspeicheldrüse kommt in Schwung und wird gleichzeitig entlastet. Die Darmflora kann sich regenerieren, also ist ein Wunderwerk, was alleine durch diese Bitterstoffe im Organismus in Gang gesetzt wird. Ja, und wir haben diese Bitterstoffe eben alle aus unseren Nahrungsmitteln rausgezüchtet, die Pampelmusen oder Grapefruit, die schmecken ja fast so süß wie eine Apfelsine, die können wir ja im Blindversuch überhaupt gar nicht mehr als bitter wahrnehmen, sondern man würde sie vermutlich mit der Orange verwechseln. Alle Teile der Pflanzen sind heilkräftig, also die Blüten, die Knospen, die Stiele, die Blätter und auch die Wurzeln. Und in den Wurzeln sind eben konzentriert Bitterstoffe zu finden und die haben sogar krebsheilende und krebsvorbeugende Wirkungen. Ja, das ist sehr, sehr beachtlich. Der Löwenzahn wirkt antiviral, antibakteriell. Es gibt sogar Studien gegen das bestätigen, dass das Coronavirus davon auch betroffen ist. Ja, und die Wurzeln enthalten Inulin, nicht zu verwechseln mit Insulin. Deswegen sind die Wurzeln das ideale Gemüse auch für Diabetiker. Man kann aus den Wurzeln einen sehr, sehr schmackhaften und sehr gesunden, sozusagen Ersatzkaffee selber herstellen oder auch käuflich erwerben. Ja, und man könnte sagen, dass wir mit dem Löwenzahn zurück ins Gleichgewicht kommen, unsere Zellen optimal versorgt sind, die Entgiftungsprozesse optimal laufen, back to balance, zurück ins Gleichgewicht. Und ja, man könnte sagen, es ist fast so, als wenn auf ein ausgedörrtes Stück Erde plötzlich endlich der langersehnte Sommerregen fällt. Und das Ergebnis ist, der Mensch blüht auf. Und in diesen bewegten Zeiten brauchen wir seelische Resilienz und körperliche Fitness. Und genau das schenkt uns der Löwenzahn. Der schenkt uns Löwenkräfte. Vielen Dank.